Fuck this shit man! So schlecht gelaunt deswegen! Das hat mich richtig aufgeregt! Hallo Freunde der Kartoffeln und Kartoffelpuffer und Liebe und so. Ähm, wir haben uns überlegt mal ne Runde Hardstorm zu spielen. Ich hab ja schon mal angefangen, wer hat. Ähm, 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 ähm. Ich muss mal kurz ein paar Taten hier raushalten. So. Hallo. Ja, äh, der Genius aka Michael ist dabei. Hallo. Und, ja, du kannst ja was zum Spiel noch mal erzählen. Hatte ich zwar in der ersten Folge schon, deswegen wär's cool, wenn du das machst. Ich will deine Karten haben. Du willst meine Karten haben? Ja, die, die Rückseite. Ach so, ich würd's dir gerne geben, aber ich kann leider nicht. Ähm, ja, Hardstorm ist ein Kartenspiel von der WoW-Geschichte. Ich weiß gar nicht. Kennst du die WoW-Geschichte? Also die ganzen Charaktere? Ja. Okay. Also ich hab's schon besucht. Ah, ein bisschen. Bis? Hat er Clism oder noch weiter? Ähm, Pandaria. Oh Gott. Ne, Pandaria hab ich auch gehört. Da war ich raus. Ne, auf jeden Fall, ähm, ähm, ey, ist ein sehr einfach geworden. Ja, irgendwie hat man sich noch Leute zusammengesucht, mit denen man hier in die Inis ging und wohnt und meh. Das macht alles. Ja, das stimmt. Ich, ich bin irgendwann rausgegangen, als ich genug davon hatte, von diesem Dungeon-Finder oder was es da war. Also dieser, nicht dieser Dungeon-Finder, sondern dieser Raid-Finder, als er eingebaut wurde. Ja, ich bin einfach nur nicht. Naja, genau. Wo die Bosse dann geschwächt wurden, ähm. Das Ding ist, du hast immer einen mit Level equipped, der dich dann durchcarryt. Der dann einfach durchrennt, alle Wielermette. Langweilig. Ja, genau. Genau so was. So was hab ich echt gehasst. Aber das haben die halt auch alles nur eingeführt, weil es wenig Spieler mittlerweile hat, ne? Ja, klar. Die haben ja 1,6 Millionen, glaub ich. Pardon? Über Nacht, oder so? Als sie die nächste Erweiterung angekündigt haben. Irgendwie sowas war das. Meine ich mich dran zu erinnern. Ich weiß nicht. Ey, du Asi. Ja. Bitte. Ey, du Asi-Land, ey. Ich bezeichne Hearthstone gerne als Glücksspiel, weil entweder du hast die richtigen Karten und gewinnst, oder du hast gar keine Karten und bist hart am verkacken. Was anderes gibt's eigentlich hier nicht. Oh Gott, was passiert jetzt schon wieder? Hast du das gesehen? Ja, ich hab das gesehen. Oh nein, ich bin wieder. Hehehe. 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 Kamen, der geht doch nicht blockieren, oder sowas? Ja, du kannst doch aus. Ah, ich kann's ja ausmachen. Hehehe. Jawohl. Ey, jetzt... Warum tust du das? Achso, deswegen. Na. Ich wollt schon sagen, warum tust du so etwas? Ähm... Wurdest du noch so viel zu tragen? Nein, eigentlich nicht. Wer's nicht kennt, hat's nicht gehabt, weil ich... Genau. Wer's nicht kennt, kann sich selber runterladen. Das ist nämlich kostenfrei. Wir müssen nur einen Battle.net-Account haben. Der hat mal für 10 Sekunden gemacht. Doch komm schon! Hehehe, ich hab echt Glück mit dem Toten. Nee. Da da, da 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 da. Da da, da 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 da. Warum hab ich eigentlich die Karte drin? Wohinlich mich so gerordert. Stokoleiter. Naja, egal. Ach nö. deswegen hatte ich den dubi er hat so viele karten um sich selbst hoch zu power ja das ist ein bisschen ordnung ja finde ich auch finde ich auch ganz meine rede ganz deine rede ja die super was mache ich denn jetzt machen wir das machen auch das und sagt uns drin durch den sound ein bisschen unterstellen ist echt laut muss ich mal zu sagen aber wir haben schon ziemlich weit unten auf der map kannst du hier alles kaputt machen jetzt weiß ich du hast bestimmt auch immer schon wie ein bekloppt auf der map eigentlich nicht wenn ich bin ich gerade kurz mein renderprogramm gemeldet ich bin fertig wunderschön hallo aufmerksamkeit ach ja ich kann noch was sagen warum kein CSGO mehr kommt kam ich wurde ja erzähl es uns bitte ich wurde eine woche gewandt warum ja warum weil ich mit dem guten micha gesuchtet hab und unser kleines misgeschicktes ja er hat mich kaltmütig ermordet mit absicht ja ich hatte schon eine verwarnung angeblich meine e-mails so oft attackiere in dem spiel angeblich ja dann da kommt er da kommt er rennt rein ich schieße auf micha das war wohlgemerkt die letzte runde ja und es war der letzte gegner ja wir haben es stand 4 gegen 1 und wir hatten auch noch gewinnt mann bringt mich immer noch auf und ja dann habe ich ihn dann abgeschossen wurde direkt gebannt für eine woche fuck this shit man so schlecht gelaunt deswegen das hat mich richtig aufgeregt was sollen wir machen bald ist es ja vorbei und dann geht es weiter da bin ich auch froh drüber goldmauer 1 bin ich inzwischen auch ja wow das da da du bist ja noch du hast mir noch danach stolz erzählt dass du aufgestiegen bist ja ich weiß ich noch oh nein was was du bist gewandt du bist raus super 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 und ja das kommt doch schön krass uns eigentlich ganz praktisch so um reden zu können und so das alles da kannst einfach alle gott und die welt ansprechen ja mann voll chillig wenn ich mich nicht immer zu aufregen würde ja komm ich habe einen fehler gemacht warum ich hätte was ganz anderes machen aber ja stimmt nein 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 in diesem zug was kommt jetzt auf nicht der hast du den zweimal im deck ja aha scheiße ich würde ich habe den zweimal im deck bitte nicht offen ach das ist doch fein weltwandel und glaube ich hasse dich warum denn auf mein tote last hat das war in den welt immer ausschlaggebend ne jetzt machst du es einfach doch gut warum mit du zu die karte welche karte ach so weil ich dann eine karte ziehen kann ja wenn die mana wenn das mana voll ist dann kannst du eine karte ziehen die nächste Runde hat die nächste Runde hat worauf wir wollen o und wo sie gewohnt wir haben die Garni und o jetzt auch noch raus die die was geht könne noch mehr sein ja aber du mit einem scheiß baum musste sein sonst hast dein kommando frostwolf kriegsfürst das geht nicht aus auch diesen oder so das kommt bei einer nein 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 jetzt kommt das her der schöne sport oder herzmann um ich will das nicht nur ich muss um das kann so ein 8er 8er fiel auf dem feld links ja wohl da kommt keiner vorbei und dann liegt er so eine karte es kommt bestimmt noch eine wir haben es geahnt ja ich habe mir den spaß Oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no. Oh nein! Nicht Max noch! Hätte ich jetzt mal ein Priester würde ich jetzt direkt mein Control raushauen, ne? Hast da wirklich. Oh Ficken! Ja, wann machst du jetzt? Dernfeuer, ja super. Ja, genau. Arschwecken. Ist grad aufgefallen, dann verliere ich keinen. Das war schlau, glaube ich. Ich weiß es nicht. Die Hearthstone-Pros unter euch können es mir ja sagen. Oh, fuck, ich habe es vergessen. Ich wollte meine Freundin ja von der Arbeit abholen. Ich hätte vor 10 Minuten losfahren müssen. Ja, da sollten wir uns ein bisschen beeilen. Einfach so random drücken da, weißt du? Dann musst du einfach... Nee, 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 nee. Fuck, 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 fuck. Shit, fuck, shit, fuck, shit, fuck. Ähm. Ah, wie herrlich. Ey, Junge, jetzt rastet man nicht zu viel aus. Ich finde das jetzt nicht so toll, weißt du? Du hast mich voll rausgebracht, als du eben in Team Freak gekommen bist, ey. So, hallo? Hallo? Oh, scheiße. Ich wollte ja noch aufnehmen. Oh nein, ich wollte ja noch abholen. Ja, ich habe gewonnen. Außer jetzt kommt wieder dein Vorsche, ey. Das Schlimme ist, ich kann gar nichts machen. Der ist unter den letzten neuen Karten. Komm schon. Oh nein, ich habe dieses Potem, ne? Ich habe es so sehr. Eins, zwei, drei. Mehr kann ich nicht tun. Das war's. Okay, dann machen wir das. Ich glaube, das war's, oder? Ich weiß, oh, ho, 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 ho. Ja, das war's. Na, nein, ich mach das noch einfacher aus. Jetzt mach das noch einfacher aus. Ja. Bring zwar nichts, sie sieht aber schön aus. Oh. Sie greifen so süß und rechts. Ja, wenn du drauf drückst, guck dir dich an. Ja. Oh. Du kannst auch die Kissen daneben kaputt machen. Ich weiß, ich bin nicht so ein Vandale. Oh, guck mal hier. Nein, 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 nein. Oh, ich habe mich verliegt. Egal. Du Held. Alles klar, ich würde sagen, die erste Runde geht's tadellos an Marcel. Oh ja. Boots, Digga. Ja, gut. Das war noch eine gute Zeit, 14 Minuten. Ich bin stolz dafür. Also, am Sonntag kommt wieder eine Runde CSGO und am Dienstag, denke ich, da kriege ich was. Und dann, ähm, dann kommt ein neues Projekt. Genau. Sonst würde ich sagen, wir müssen jetzt Gas geben. Eher gesagt, Marcel muss Gas geben. Ich muss ordentlich Gas geben. Bis zum nächsten Mal. Haut ihr rein. Tschüss. Und nicht vergessen, Kartoffeln auschecken. Ja, und den Vinius auch, ne. Den tun wir doch sehr gern. Gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.